... einen Besuch. Wikinger! Der König ist unterwegs hierher! Zeigen wir ihm, was wir für stolze Wikinger sind! Alle auf ihre Posten und lasst die Waffen in der Sonne funkeln! Sehr schön! Nein, nein! Ja! Nein, nein! Das ist schlimmer! Besser? Nein, nicht gut! Nein, ganz, ganz schlecht! Besser! Sehr gut! Willkommen in Flacke! Ja! Hä? Hey, oh, ich bin hier! Was hat er denn? Wie geht's? Boah! Ich habe gehört, dass ihr einen neuen Oberbefehlshaber sucht! Wie war das? Bitte sag dem König, dass der größte Wikinger aller Zeiten natürlich sein Angebot annimmt! Unverschämtheit! Niemand hat's! Der König selbst ist der größte Wikinger aller Zeiten! Au! 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 Hm? Das ist mein Haus! Niemand betritt es ohne meine Erlaubnis! Dein Haus interessiert mich nicht die Bohne! Ich soll nur den Koch zu seiner Majestät bringen! Wie bitte? Ihr redet von meiner Frau! Sie hat die Ehre, in Zukunft für den König zu kommen! Lieber verbringe ich den Rest meines Lebens im Gefängnis, als mir meine Frau wegnehmen zu lassen! Da sind hier alle Männer meiner Meinung! Na ja, ähm, was das angeht, Chef, äh, der König hat ein paar ziemlich starke Wachen! Wache? Und eine große Armee! Oh! Oh! So! Hört bloß auf zu drohen! Das schlechte Benehmen des Königs gefällt mir gar nicht! Aber kein Grund grob zu werden! Ich komme freiwillig mit! Hört bloß auf! Hört bloß auf!